Was hast du gesagt in deiner Rede? Ich habe gesagt, dass ich mich sehr, sehr freue, diesen tollen Preis hier heute entgegennehmen zu dürfen. Moment, haben wir vorhin gequatscht und jetzt hast du das Bambi? Ja, schön. Der Bambi? Das Bambi. Der Bambi Award. Als ich gerade der Bambi gesagt habe, wurde mir fast der Kopf abgerissen. Da hinten war aber auch RTL, die haben eh keine Ahnung. Von daher muss man sagen, das Bambi. Wie stolz bist du auf einer Skala von 1 bis 100? Also ich würde dann schon die 100 nehmen. Also ein Komiker würde jetzt eigentlich sagen 112, aber ich bleibe bei der 100, um realistisch zu bleiben. Es ist immer schwierig, weil man bei jedem Preis sagen würde, es ist mir eine Ehre und es ist so toll. Aber Bambi ist natürlich etwas Besonderes. Aber ich habe das, glaube ich, noch nie so gemeint, wie ich es sage. Das ist einfach wunderschön. Es ist wirklich ganz, ganz wunderschöner Preis. Ich liebe es gerade wirklich hier zu sein und ich genieße diesen Abend total und den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Wo kommt er hin, der, die das Bambi? Also ich habe es wirklich, glaube ich, vor, dass Bambi heute mit mir ins Bett gehen wird. Finde ich total legitim. Ich werde es zudecken und darauf aufpassen. Und wenn heute jemand einbrechen möchte, du kannst alles klauen, aber dich das Bambi. Hat es einen Namen? Greta oder so? Chrissy. Chrissy. Ja. Weil du Chrissy und sie Chrissy. Genau, ich war sehr kreativ. Ja, aber schön dann Chrissy. Chrissy. Gute Nacht. Du musst schön polieren. Ja, ich habe eben schon mein Tuch rausgeholt. Ich glaube, dafür gibt es das. Dafür ist es ja genau. Dafür um die Punkt, ne? Musst du schön... Ja. So. Alles klar. Steht mein Name noch drauf? Sehr gut. Ja, steht noch drauf. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich wünsche dir alles, 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 alles Gute. Vielen, vielen Dank.